Liebe Kinder, liebe Eltern und Großeltern, liebes FEDS-Team, mein Name ist Karin Marx und ich arbeite im Bundesfamilienministerium. Von hier aus arbeiten wir für die vielen Familien und natürlich auch für euch, die Kinder. Ich schicke euch meine herzlichen Grüße in die Wohlheide und in alle live angeschlossenen Kinderzimmer. Ich finde es klasse, dass das FEDS für euch am Internationalen Kindertag eine digitale Party auf die Beine gestellt hat. Mit tollen Gästen, mit Musik und viel Spaß. Diese Party habt ihr euch verdient, weil ihr echt klasse mitgeholfen habt, damit wir durch diese schwere Corona-Zeit kommen. Schon sehr lange müsst ihr auf so vieles verzichten, ob normaler Schulunterricht, Freunde treffen, Sport oder Musik machen. Auch ihr habt Rücksicht auf andere genommen und aufgepasst, dass sich möglichst wenige mit dem Coronavirus anstecken. Dafür will ich euch ganz herzlich Danke sagen. Seit ein paar Wochen wird es endlich besser. Es gibt weniger Kranke und endlich werden immer mehr Menschen geimpft. Lasst uns zusammen die Daumen drücken, dass wir alle unsere Sommerferien genießen können. Für heute wünsche ich euch viel Spaß. Genießt die Party und seid fröhlich.